Die Prälomate Visitenkarte habe ich kürzlich vom Hubert bekommen. Der hat gesagt, dann können wir wieder wie früher miteinander schnapsen, obwohl er ja von zu Hause nicht wegkommt, wegen seinen Rücken. Ich habe es gleich mal probiert. Naja, am Anfang war es komisch und ungewohnt. Aber jetzt macht es richtig Spaß und wir treffen uns immer wieder zum Online-Schnapsen. Ich habe es nicht so mit der Technik, aber den Fernseher zu benutzen und mit anderen zu plaudern und zu spielen, das hat mich sehr gereizt. Wie die vom Kabel Plus gekommen sind, haben sie mir gleich die Anleitung dazu gegeben. Damit geht es ganz leicht. Schritt für Schritt wird alles erklärt. Und diesen Schritten folgen wir jetzt. Nachdem ich den Fernseher eingeschaltet habe, muss ich dort als Bildquelle HDMI wählen. Auf der Fernbedienung gibt es meistens eine Taste namens Source, mit der ich zwischen Fernseher und Prellomate-Signal wechseln kann. Wichtig ist, das Prello-Tablet aufzuladen. Am besten abends anzustecken, dann kann nicht schief gehen. In der Übersicht nach dem Einschalten finde ich meine Prellonummer und alle Anwendungen ganz übersichtlich. Das Tablet ist dann wie eine Fernbedienung für mein Prellomate. Mit dem Pfeil kann ich immer zur nächsten Seite wechseln. Schauen wir uns zuerst das Profil an. Bei der Übersicht tippe ich dazu auf meine Daten. Hier kann ich mein Foto verändern. Dann kann ich mit der Kamera beim Fernseher ein neues Foto aufnehmen, das gespeichert wird. Wenn es mir nicht gefällt, tippe ich nochmals Foto ändern an. Jetzt zu den Anwendungen und als erstes die Kontakte. Ich sehe nun, wer schon mein Kontakt ist und wer davon erreichbar ist. Will ich einen neuen Kontakt anlegen, tippe ich auf das Feld. Tippe die neue Prellonummer ein und bestätige mit OK. Wenn ich mich vertippe, kann ich einzelne Zahlen wieder löschen. Prellomate zeigt mir dann alles an. Ich bestätige mit Ja und der Kontakt ist gespeichert. Wenn Hubert dann ein Kontakt ist, tippe ich sein Bild an und ich sehe seine Prellonummer, seinen Wohnort, seinen Namen und ob er erreichbar ist. Wenn nötig, kann ich einen Kontakt löschen. Von hier aus kann ich zu schnapsen und plaudern starten. Und wenn jemand mich als Kontakt hinzufügen will, zeigt mir das Prellomate es an. Ich kann es ablehnen oder annehmen. Wenn jemand mit mir über Video plaudern will, dann zeigt mir das Prellomate an und ich höre einen Verständigungston. Wenn mich der stört, kann ich auch leise stellen oder ganz ausschalten. Wenn ich mal nicht erreichbar bin, dann zeigt mir Prellomate bei verpassten Anfragen, wer versucht hat mich zu kontaktieren. Genau wie beim Anrufbeantworter. Und ich kann zurückrufen oder eine Schnapspartie beginnen. Mit der Funktion Übersicht komme ich jederzeit wieder zu dem Bildschirm, wo ich zwischen den Anwendungen Prellomate wählen kann. Jetzt will ich mit Hubert plaudern. Ich kippe Plaudern an und kann dann aus den Kontakten auswählen. Ich kann mich dann immer wieder entscheiden, ob die Videokamera angeschalten ist oder nicht. Auch kann ich jederzeit einschalten oder ausschalten. Die Lautstärke regle ich über meine Fernbedienung. Und wenn jemand nicht erreichbar ist, sehe ich das auf meinem Prellomate. Ah, und der Hubert sieht das wie gesagt auf verpasste Anfragen. Schnapsen geht eigentlich sehr ähnlich. Ich tippe auf Schnapsen und kann dann bei meinen Kontakten jemanden auswählen. Dabei kann ich wieder mit den Pfeilen navigieren. Auch beim Schnapsen kann ich die Kamera jederzeit ein- oder ausschalten. Ich kann auch während des Plauderns jederzeit eine Partie Schnapsen beginnen. Prellomate fragt noch einmal nach und ich bestätige mit Ja. Viele Informationen aus der Anleitung finde ich in der Hilfe im Bereich Häufige Fragen. Außerdem kann ich mir dieses Video jederzeit ansehen. Und wenn ich dann doch noch eine Frage habe, kann ich bei Prellomate Kabel Plus Kontakt aufnehmen, entweder mit dem Telefon oder mit dem Prellomate Tablet. Mit Prellomate lerne ich neue Leute kennen. Genau. Und wenn ich manchmal nicht von zu Hause wegkomme, finde ich immer jemand zum Plaudern und zum Schnapsen. Mehr gemeinsam mit Prellomate. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.